Ein modernisiertes Siebenzimmermehrfamilienhaus steht hier zum Verkauf. Es befindet sich im Rhein-Sieg-Kreis. Das Haus verfügt über einen Keller und einen Garagenparkplatz. Es hat drei Schlafzimmer und vier Badezimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 236 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 200 Quadratmetern auf. Das Gebäude steht für 389.000 Euro zum Verkauf. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben.